Herzlich Willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema. LibreOffice Calc beschleunigt der Dateneingabe. Daten in ein Tabellenblatt einzugeben, kann recht arbeitsintensiv sein. Calc bietet dafür ein paar erleichternde Werkzeuge an. Die einfachste Funktion ist das Ziehen und Ablegen von Zellinhalten mit der Maus. Calc verfügt über weitere Hilfen zur automatischen Dateneingabe, speziell wenn sich Daten wiederholen, nämlich Autoausfüllen, Auswahllisten und die Möglichkeit, Daten gleichzeitig in mehrere Tabellen desselben Dokuments einzutragen. Zellen mit Autoausfüllen füllen. Der einfachste Gebrauch des Füllwerkzeugs ist das Duplizieren existierender Inhalte. Markieren Sie zunächst die Zelle mit dem zu kopierenden Wert, zum Beispiel B2. Ziehen Sie die Maus in eine Richtung oder halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie die Zielzelle anklicken. Anklicken und zum Beispiel ziehen bis B10. Wählen Sie den Menübefehl bearbeiten, ausfüllen und die Richtung in die kopiert werden soll, zum Beispiel unten rechts, oben links, hier mal unten. Nicht verfügbare Richtung erscheint zwar ausgegraut, das bewahrt Sie aber nicht vor versehentlichem Überschreiben Ihrer Daten, falls Sie eine falsche Richtung ausgewählt haben. Autoausfüllen geht am schnellsten, wenn Sie den Griffpunkt in der rechten unteren Ecke der markierten Zelle mit der Maus in die gewünschte Richtung ziehen. Enthält die Zelle eine Zahl, wird diese Zahl von Zelle zu Zelle um 1 erhöht. Bei gleichzeitig gedrückter Steuerungstaste wird die Zahl jedoch ohne Inkrement kopiert. Der Text wird nur kopiert. Zum Beispiel hier, hier unten, anklicken und nach unten ziehen. Oder hier anklicken, dabei die Steuerungstaste gedrückt halten und nach unten ziehen. Autoausfüllen einer Reihe. Etwas komplexer ist die Autoausfüllfunktion, wenn Sie damit Reihen erstellen möchten. Typische Anwendungen sind Wochentage oder die Monate eines Jahres. Sie können aber auch beliebige eigene Listen erstellen. Um eine Tabelle mit einer Reihe zu füllen, markieren Sie zunächst die zu füllenden Zellen, zum Beispiel B12 bis B20 und wählen dann Bearbeiten, Ausfüllen und Reihe. Im Dialog Reihenfüllen wählen Sie als Startwert einen Wert aus einer bekannten Reihe ein, zum Beispiel Linear, Anfangswert 1 und Zunahme Zunahme 1. Die Zellen werden automatisch mit den aufeinanderfolgenden Werten der Reihe befüllt und OK. Sie können unter Bearbeiten, Ausfüllen Reihe auch eine Zahlenreihe erzeugen, indem Sie den Startwert und das Inkrement angeben. Zum Beispiel C12 bis C20 markieren, Bearbeiten, Ausfüllen, Reihe, Linear, Anfangswert 1 und Zunahme 2. So gibt es dann eine Reihe der ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7 und so weiter. Beachten Sie, dass das Autoausfüllen nur eine momentane Verbindung zwischen den Zellen erzeugt. Einmal ausgefüllt, steht jede Zelle separat für sich. Definieren eine Autoausfüllreihe. Um eine Reihe zu definieren, die dann über Autoausfüllen genutzt werden kann, sind folgende Arbeitsschritte notwendig. Gehen Sie auf Extras, Optionen, LibreOffice Calc. So, vier Listen. Dort sehen Sie die vordefinierten Listen in der linken Box. Rechts daneben befinden sich die Einträge der ausgewählten Liste. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Die Box mit den Einträgen ist leer. Tragen Sie die Werte Ihrer neuen Liste Zeilenweise in die Box Einträge. Zum Beispiel Li, Wi, Un. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die neue Reihe wird angezeigt. Klicken Sie auf OK, um die Liste zu speichern. Und OK. Auswahllisten sind nur für Texteingaben verfügbar und auf die Eingaben derselben Spreite beschränkt. Und nun ausfüllen mit Li und dann Autoausfüllen. Das war Josef Pofferum Screencast. Ciao und viel Glück. Ciao und viel Glück. . So